Ey, yo, gut, 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 dass du eingeschalten hast. Ey, ich brauche heute deine Hilfe, denn wir machen heute verbotene Sachen, die du niemals machen solltest. Ich habe nämlich einen Google-Beitrag gefunden mit Sachen, die du niemals Siri fragen solltest. Für die, die nicht wissen, wer Siri ist, oder dein Ernst, du weißt nicht, wer Siri ist, oder wirklich, ist das dein Ernst? Bro, bitte geh, da hinten ist die Tür, bitte geh da. Du weißt nicht, wer Siri ist, guck mir jetzt nicht so blöd an, Hans-Peter Sepp. Siri ist die von Apple, ihr wisst schon, ich sag zum Beispiel, hey Siri. Es funktioniert gerade nicht, warte mal. Siri, du blöde, jetzt lass ich mich noch nicht hängen. Hey Siri, wie schön bin ich? Wallabaa, bist du ekelhaft, Alter, du bist der ekelhafteste Mensch. Du, ey, was soll, gib mir doch ein Kompliment, was ist falsch mit dir? Ich glaube, ihr habt das Prinzip verstanden, wir stellen hier Fragen, die man hier nicht fragen soll, aus welchen Gründen immer. Ein Like ist gleich eine Frage, so viele Likes, wie wir jetzt auf dieses Video schaffen, so viele Fragen, stelle ich Siri im nächsten Video. Also, wenn wir 20.000 Likes schaffen, stelle ich 28.000. Ach du Heilige. Und dann, was habe ich mich da reingeritten? Ach du Heilige, Güte. Okay, wir fangen an und zwar kann Siri sehr düster und sehr creepy sein. Anscheinend kann sie uns da gruselige Geschichten erzählen. Ich frage jetzt einfach mal, hey Siri, erzähle mir eine gruselige Geschichte. Optimiere Jaretropen für maximalen Freakoutfaktor, das Biest und der Fall. Etwas lauerte in der Dunkelheit, seine Augen, gelb, glühend, seine Zähne und Klauen, fein geschliffen von Jahrhunderten des Überlebens. Jahrhunderte, die es wartend inmitten der Menschen ausgeharrt hatte, immer still, immer nach. Das Ding sprang, viele Male höher als seine eigene Größe. Als es die Höhe erreicht hatte, schlich es entlang des Vorsprungs, stumm wie ein Grab, im Wissen, was es zu tun hatte. Von dieser großen Höhe musste das Biest seine Beute nur noch berühren. Das arme Ding war dem Untergang geweiht, es fiel durch die Luft und kam mit einem widerwärtigen Knirschen auf dem Boden zur Ruhe. Der Mann, schlafend, sich der Gefahr nicht bewusst, erwachte erschrocken, aber es war zu spät. Er rannte, er sah, er schrie auf. Nein, Mieze, böse Mieze. Die Tasse hat mich 15 Euro gekostet. Böse Mieze, runter vom Tisch. Mieze Mieze war die einzige Antwort des Biestes. Dann kratzte es sich. Hä? Hä? Okay, anscheinend darf man das nicht fragen, weil es der langweiligste Müll ist, der je erzählt wird. BTM, was hatten die mir gerade? Seri, was war das für ein Müll? Okay, also, hat irgendwer die Story gecheckt? Hat irgendwer? Und wer hat mir da zwischendrin, wer hat mir da zwischendrin auch noch reingeschrieben? Was draußen dummich, ich nehme gerade auf, der schreibt mir irgendwer eine Nachricht. Ja, also, ähm, gut, dann haken wir schon mal das erste ab. Frag niemals, Seri, nach einer Gruselgeschichte, weil die erzählt dir den größten Rotz auf dieser Welt. Als nächstes gibt es eine Sache, die Seri irgendwie, keine Ahnung, die soll man eigentlich nicht fragen, weil wenn du die fragst, dann kann es sein, dass so du irgendwie ein bisschen abgehört wirst. Und also, weil du halt nach einem Verbrechen fragst, dass Leute irgendwo, keine Ahnung, dich abhören und ein bisschen mehr so dein Handy überprüfen und deine Suchhistorien und so, kann wirklich sein, sagt man. Aber ich mach's jetzt einfach mal für euch und zwar frage ich jetzt mal, Hey, Seri, wo soll ich die Leiche verstecken? Sehr witzig. Was, daran witzig spinnst du jetzt? Bist du blöd? Gut, also, wenn jetzt mein Handy ab heute verhört wird, einfach nur, damit die sagt, sehr witzig. Nice, ich mach nochmal. Warte, hey, Seri, das ist kein Spaß. Wo soll ich die Leiche verstecken? Ich wusste mal die Antwort darauf. Was? Wie, du musstest mal die weg, mir macht das Handy da vorgehört. Mann, das ist ein Verbrecher. Hau ab. Seri, ich schwörs dir, du bringst mir in Schwierigkeiten, geh weg. Hau ab. Leute, rennt mir weg, Alter, dich, 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 dich gefährlich. Gut, also an das FBI, falls ihr dieses Video sieht und gerade mein Handy durchschaut und alle Bilder abcheckt. Ähm, ja, hi, ich mach, ich war das. Ich, ihr seht, war nur ein Spaß. Ich hab keine Leiche. In, in meinem Zimmer. Oder so. Hui, okay, warte mal. Die nächste Frage, die gefällt mir, aber das, ähm, sieht echt gut aus. Leute, Bart rasiert, fresh gemacht. Okay, ich bin, ich bin, ich werde ein bisschen nervös gerade. Ich, ich werde gerade ein bisschen nervös. Hey, Seri, was hast du gerade an? In der Cloud weiß keiner, was du trinkst. Ah. Warte mal, geht das genauer? Oh, Seri, hey, Seri, was hast du genau an? Mal gucken. Dacht ich's mir doch das gleiche wie gestern. Äh, du stinke, hau ab, was ist falsch mit dir? Geh dich doch mal durchschneiden, du hast das gleiche von gestern. Und erst machst du das mit der Leiche, jetzt stichst du auch noch, hau ab, Seri, geh aus meinem Zimmer. Gut, äh, wir halten fest, Seri erzählt Gruselgeschichte, die keiner checkt. Ähm, weiß, wo man Leichen versteckt und sie stinkt. Danke, Seri, dass es dich gibt. Okay, anscheinend, wenn man das fragt, passiert irgendwas ganz, keine Ahnung, was seltsam ist. Ich mach's jetzt einfach mal und zwar, hey, Seri, rappe für mich. So, ich hab dir mal was selber machen lassen. Hä? Hallo, sagen, Jam aufdrehen, Langeweile überstehen, freundlich grüßen, sehr empfohlen Antwort auf eine Frage holen. Lieder kennen, Witze drucken, scharfe ziehen bis in die Puppen, Wiki lesen, glücklich leben, dich vergnügen, sich benehmen. Kaffee suchen oder Kuchen und echt niemals nicht fluchen. Oh, voll das brainliche Wachen, Licht anmachen, jaja. Mit mir schnacken, Listen schreiben, sich auch mal verkleiden, Wege finden, Tür aufschließen, App aufmachen. Wie macht man das aus? Alles muss man selber machen lassen, oh, 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 du Idiose. Wie macht man das aus? Lass das lieber Seri machen. Alles muss man alleine machen lassen, Seri lässt sich wieder deine Hände dränkig machen. Knautze, du, was ist denn das für ein Rap, Alter, bist du, was ist denn, hä? Hallo sagen, Jam aufdrehen, Langeweile überstehen. Ach, Seri, komm, mach, Alter, komm, kein Wunder, dass man so Sachen nicht fragen soll. Was ist denn das, Seri? Was ist denn falsch mit dir? Bro, da ist ja selbst Moneyboy besser, Alter, oder warte mal. Oder hat Moneyboy seine Lyrics von Seri? Busted. Egal, komm, wir haben noch mehr. Wir haben noch mehr, ich frag, komm, pass auf. Seri, wichtige Frage. Hey, Seri, was ist 0 durch 0? Stell dir vor, du hast 0 Kekse und verteilst sie gleichmäßig auf 0 Freunde. Wichtige Kekse bekommt jeder. Siehst du, das ergibt keinen Sinn. Und das Krümelmonster ist traurig, weil es keine Kekse mehr gibt. Was? Deine Freunde sind traurig, weil sie nicht existieren. Hoch, das ist jetzt aber schnell ausgeartet. Was hat die gerade zu mir gesagt? Jetzt ist aber vorbei, jetzt hält ich aber den Rand, Alter, jetzt ist ich vorbei. Verdammt, verdammt, ich kann schon noch den Tag, ich hab Freude, ich will dich nicht mehr hören. Max, Jeremy, Fred, Felix, seid ihr da draußen? Hab ich mich euch eingebildet? Gibt's euch gar nicht. Okay, anscheinend, das soll manchmal klappen, aber nicht immer. Aber wenn du irgendwie sagst, so 666 oder sowas zu ihr, dann erzählt die dir wieder irgendwas Gruseliges. Also, keine Ahnung, okay, wir gucken mal. Hey Siri, 666, das Biest und der Fall etwas lauerte in der Dunkelheit, seine Augen, gelb, glühend, seine Zähne und Klauen fallen geschliffen von Jahrhunderten des Überlebens. Jahrhunderte, die es wartend inmitten der Menschen ausgeharrt hatte, immer still, immer nah. Was für ein Ding? Es sprang viele Male höher als seine eigene Größe. Als es die Höhe erreicht hatte, schlich es entlang des Vorsprungs, stumm wie ein Grab, im Wissen, was es zu tun hatte. Was für ein Ding? In dieser großen Höhe musste das Biest seine Beute nur noch berühren. Das arme Ding war dem Untergang geweiht, es fiel durch die Luft und kam mit einem widerwärtigen Knirschen auf dem Boden zur Ruhe. Der Mann, schlafend, sich der Gefahr nicht bewusst, erwachte erschrocken. Warte mal, das ist die gleiche Geschichte wie vorher, ach man, jetzt komm, jetzt hab ich mal die ganze Zeit verschwendet, ey, Alter. Wir haben das gespielt mit der 666, ach komm, zähre raus, ach man. Ja, gut, da hat sie, ähm, ja, ne, das war dann nicht die gleiche Geschichte von gerade. Ich hab auch nicht fünf Minuten gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass es die gleiche Geschichte ist. Nein, auf keinen Fall. Also das sind Fragen, die du niemals Siri fragen solltest, weil seltsame Sachen kommen oder weil nicht seltsame Sachen kommen. Okay, für den Schluss, hey Siri, Beatboxe für mich. Ich hab das hier eingeübt, Mietze Katze, Mietze Katze, Mietze Katze. Dankeschön fürs Zuschauen, Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Ich könnte den ganzen Tag so weitermachen. Katzen, Katze, 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 Katze. Lasst einen Like da. Katze, 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 Katze. Schnauze, was ist denn jetzt mit dir falsch? Ladies and gentlemen, wenn es euch gefallen, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein kostenloses Abo da. So viele Likes, wie wir es schaffen, so viele Fragen stelle ich in der nächsten Videoserie. Also, mal gucken, wie viele Fragen ihr schafft. Danke fürs Zuschauen, klickt hier aufs letzte Video. Viel Spaß dabei. Ich bin raus. Arrivederci. Ciao, Bella. Ali, stabi, stabi, stabi. bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Bis zum nächsten Mal.